Hallöchen! Heute gibt es mal wieder eine kleine Runde Maxi Mittwoch. Nur ein kleiner Disclaimer für euch. Das Gameplay ist uncut, weil das Spiel tatsächlich so aufgebaut ist, dass es uncut am meisten Sinn ergibt. Ihr werdet auch gleich wissen warum. Nithalk, super witziges Spiel, kann man mal eben zwischendurch ballern. Maxim und ich sind natürlich auch total retardet durchgedreht. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Keine Sorge, es wird jetzt hier nicht wieder am Laufgebäude irgendwelche uncut-Videos geben. Trotzdem, bei dem Video, glaube ich, macht es am meisten Spaß. Wenn ihr weitere Minigames habt, die wir ab und zu mal gerne zocken können, gebt uns da gerne Bescheid. Sowas wie Stickfight zum Beispiel, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ansonsten, haut rein und viel Spaß mit dem Video. Hey, guys. Heute gibt es mal wieder eine Folge Maxi Mittwoch. Mit Maxim und mit dem Kalle. Heute spielen wir Nithalk. Weil es einfach Spaß macht. Ich war begrüßt. Ja, hab ich gehört. Ist gut, doch. Oh, das sind die Schreie von denen. Ist das immer der Wilhelm-Schrei? Wilhelm Tell? So, jetzt geht's los. Und go! Oh mein Gott. Okay. Er hat einfach Springen auf Pause gelegt. Ja, gut. Jetzt geht's los. So. Aber guck mal, die Kamera. Warte mal, die Kamera. Die hat doch nicht getötet. Ich wollte ja auch gar nichts mehr. Ist die Kamera so gut? Ich mach da so einen Rahmen drum. Ich glaube, das ist ganz geil, oder? Oh, ich hab nicht zermatscht. Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, ich mach echt gut in dem Game. Schlitz. Komplexes. Die Stein. Oh, no. Oh, what? Du hast mich geboxt. Du hast mein Herz rausgerissen. Oh, du bist da. So, und jetzt? Ja, jetzt spring ich springer. Oh, da war die Tür dazu. Fight on the spring. Wo bist du denn? Ja, wir machen besser. Fight! Stopp. What? Nein, ohne springen. Milch springen. Ja, komm her. Was jetzt? Was jetzt? Oh, ja, genau. Das ist aber alles geplant. Deine Bitch. Oh, no. Oh, Scheiße. Okay. What's love? Hast du dich gefragt? Was mach ich mit dir? Ehre. Ehre? Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist zu spät Ehre gedrückt. Oh, Mann. Ich mach dich doch hinten. Na klar. Mach 10. Mach 10. Ja, komm her. Los. Ja, ich komm mit raus. Ja, gerne. Ja, ich mach hier. Oh, Mann. Woher bin ich mein Schwert oben, Alter? Eh, ich halte unten. Competitive. Competitive. Oh, nein. Voll in den Kopf reingerammt. Das Ding. Das Ding. Oh, ich will den weggerächtet in den Game. Willst du spawnen on? Ja. Ja. Was? Wie du das sagst. Oh, normal. So, jetzt. Oh, wow. Oh, nein. Du bist ein bisschen spieler als Spawn. Oh, du bist... So, okay. Oh, nein. Ja, dann soll ich mal fragen, wie du jetzt vorbeikommst. Ja, komm mal her, du. Du, du, Bro. Nee. Oh, what? Nein. Ja, du hast die Klippe des Todes für dich. Remake. Oh, shit. Nein, nein, nein. Ey, du kommst doch nicht rein. Ne, klack mich rein. Oh, scheiße. Ey. Ich bin schlau. Schlau. Oh, what? Ich hab doch auch gedrückt. Nee, bist du nicht. Nee, bist du nicht. Oh, no. Ja. Das hat's nicht mal geschafft. Richtig. Nein. Oh, es kommt nur aufs Timing an. Timing. Oh, das war klo. Amen, 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 amen. Oh, scheiße. Aber das war eine gute Idee. Wie gehst du in meine Richtung hier? Archa. Oh, du schlauer F***. Nein, so nicht. Oh, man, immer in der Tür. In der Tür ist endlich. Oh, was? Ich bin da. Nee. Oh, man. Todesmuck. Oh, schön. Ah, nee, du bist doch schlau. Erst gebraucht und dann geschissen. Und dann... Einfach vorbeigelaufen. Ehre. Nein, heute hat's ja ein Messer, ja. Komm, ich hatt die Tür offen und du schießt rein. Ehre. Ehre. Oh, scheiße. Highground. Luke. Luke. Ich hab den. Nein. Oh, abgestochen. Oh, Mann. Alter, so weit war ich noch nie. Da hast du keinen Punkt gemacht. Da hast du keinen Punkt gemacht. Ich bin ja einer der besten Spieler. Oh, schön viel abgestochen. Jetzt hab ich den Lauf. Nein, 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 nein. Ich hab den Lauf. Ich hab den Lauf. Hier links. Oh, nee. Scheiße. Wir sind in der Mitte der Map. Oh, nee. Ich hab mich umgedreht. Was? Nein, nein, nein. Ich renne einfach. Ich lichere mich. Oh, what? Ich hab abgedrückt. Du Ehre. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nö. Das ist alles von der Geld ist Blut. Da wolltest du mich... Da wolltest du mich... Oh, Alter. Wieso war sowas? Ziehst du da aus mir raus? Mach dich gerade... Mach dich... Nein. Doch. Ehre. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich weiß nicht, wenn man einmal drüber ist, ist es... Oh, wieso roll ich hier durch, Russia? Nein, 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 nein. Doch. Nein, nein, nein. Irre. Ich komm nochmal. Oh, nein. Das Comeback des Jahres. Oh, zu langsam. Oh, warte, bitte bitte. Nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Ja, ungedreht und geschlitzt. Komm doch nochmal. Schlitzt. Oh, ich hab dich doch getroffen. Nein, mein Gott. Das ist doch klein für dich. Lauf. Scheiße. Ja, ja, was wird's? Oh, komplexes Design. Nochmal, nochmal, nochmal. Nein, nein, nein. Halte. Ne, das war überhaupt nicht so... Ah, ja, komm. Ja, oh, was jetzt? Oh, ne, Scheiße. Das war der Fake Powerlift. Das ist halt unbelohnt. Ja, das ist ein blutiges. Ja, vor allem immer noch gelbes. Hä, ich hab doch gekillt. Schön einmal kurz runden. Ja, kurz runden. Mach mal auch kurz runden. Ja, ich hab... Puh, jetzt hab ich ja gut. Ja, den, den versuchst du immer wieder. Oh, ja, ja, ja. So. Nein, 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 so nicht. Ja, ja, ja. Einmal noch. Nein! Ja, jetzt kommt der Run. Oh, du hast dich getockt. What? Du hast mir ja so den aufgehoben, du Bitch. Alter, da war halt einfach noch... Oh, Alter, Klaus. Oh, Alter, Klaus. Oh, Alter, Klaus. Wieso duckst du dich? Ah, nein. Nee, so geht das. Das wär aber krass. So, jetzt hier. Ja. Rabber. Oh, nein. Oh, nein, jetzt. Nein. Nein, ich will hier weg von dem bösen Screen. Oh, oh, wow. Oh, nee, dann doch nicht. Oh, na, da, na, da. Oh. Das war Tau, ist am Messer geworfen. Oh, die vielen Lader rumlagen, Alter. Nee, das ist eh, eh, eh. Oh, na, 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 na. Oh, was? What? In der MF. Oh, schau. Oh, schau. Oh, schau. Okay, das hab ich auch nicht. Oh, so muss ich jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Das ist an mir vorbeigeflogen. Ja. Ey, das ist doch scheiße. In den Bauch. Verstehst du mich zwein? Ja, ich hab gewusst, dass du tunnelst. Ja, ich komm immer unten. Oh, nein. Siehst du komm immer unten. Ja, ja. So gut, ne? Aber ja, ne. Nee, und jetzt bin ich dran. Alter. Ah, jetzt hast du keinen Treffer. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Nein, 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 nein. Oh, nee. Das war eine doppelte Verarschung, weil... Ja. So. Alter. Nee, ich drück halt wirklich legit zu spät. Nee, mach's mir nicht. Also, ja. Ja. Ja, ist das fair. Nein, nein. Doch, doch. Ja, da ist der Punkt. 1-1, Allah. Achso, ich kann noch weiter. Da kommt der Dragon und snack me. Irre. Okay, dann final round. Oh, nee, du hast dich viel zu sehr gesteigert in deinen krassen Jahren als Ninja. Oh, ich hab... Oh, der Vorkurz vom Out-Attack. Das ist offen. Was? Ja, ich muss immer einen Run machen. Ich muss immer one by run. Alter. Oh, perfekt. Mach ich denn jetzt. Perfekt Outplay. Nee, nee, nee. Doch, jetzt komm ich auch nochmal. Nee. Doch. Nee. Oh, nee. Oh. Das ist meine Tür. Oh, nein. In dein Schädel. Oh, hier I am. Oh, jetzt. Oh, okay. Oh, was? Ja, mit anderen. Was? Ja, das ist die Technik. Die Technik, der Deus. Oh, was? Nein, 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 nein. Ja, genau. Das passiert hier mit der anderen. Oh, nein. Ja, 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 ja. Aber ich... Ach, ich... Scheiße. Du mit deinen Rollertaken. Ja, Ehre. Ja, ich mach die Ehre. So, jetzt. Also, erst mal dem hier als Deckung. In den Ass. In den Elfer. Oh, das ist halt immer so verlohend. Ey, das ist... Oh, nein! Dieses Donutsein! Doch, doch, doch. Das habe ich gemacht Aber ich will einen Bruce Lee Hey, das kann nicht sein Die Turner, die Turner, das habe ich drauf Ja, 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 nochmal kann es aber nicht Ja, 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 ja. 14 Kills gegen 9 Kills. Ja, das war eine weitere Folge Maxim Mittwoch. Hey guys, it's me, Kalle. Bis zum nächsten Mal.